folge nummer 44 müsste sein von avorion es gibt nichts zu raffinieren meiner drei ist mit nix unterwegs ok ja sehr schön wenn ich jetzt hier dann klicke dann schießt er sehr interessant wer möchte denn raffinieren gute frage na dann gehen wir mal auf karte so mal raus hier in unserem bereich wieder wieder rein und jetzt müssen wir mal gucken wer denn hier welche aufgabe da wird noch ein bisschen gesprungen nicht mehr viel aber es schon einiges passiert als reiter 3 hat nichts mehr zu tun kraft das ist der neue den müssen wir noch ein ding ins raum machen wahrscheinlich sag schon astroiden abbauen und er noch ganz viele sprünge da okay das war das was wir zuletzt gemacht haben er baut astroiden erze raffinieren ist die frage ob er noch was macht oder nicht ist er das gewesen der gerade eine meldung hatte also lady und meiner 1 sind am raffinieren wenn sie raffinieren er hat gar nichts zu tun und er hat genug mehr noch nicht mehr viel zu tun das haben wir da oben jetzt noch kann man da auch noch einiges entdeckt so super der springt jetzt dahin sollte aber da bleiben das ist ich verstehe die steuerung nicht die macht mir keinen sinn so dann sind wir hier drinnen und doch nicht wirklich dran dann ich möchte ja gerne dahin nach ich bin weg den sektor wechseln da gehen wir jetzt hin und fertig erst mal gucken wir uns jetzt an so was hier los das ist das hauptquartier kann man da was machen diplomatie crew erneuern und schwarzes brett wir sind neutral und ziemlich neutral mit denen okay da ist das schon mal geklärt informationen haben wir keine gut hatte man gibt es denn da was am schwarzen brett nein so ja müssen wir gerade hier reingehen und dann noch mal die ausrüstung stock anklicken und gucken was das hat hier war mir doch noch nicht mehr oder hier ist jetzt nichts wer vor system in weiß das wollen wir nicht anti fighter geschützturm ok titan bergbaugeschützturm oder ist kein r hier unten ist ein r die lady hat nichts zu raffinieren jetzt ok alles klar dann müssen wir da bescheid dann gehe ich mal gerade in die karte rein und scrolle raus bis ich die lady da sehe hier auf die lady kann da nichts anklicken das bringt mir nix und das ist jetzt die lady die jetzt nicht mehr jammert springen wir da ein machen da abbauen springen dann zurück machen dann das und wiederholen das und dann bin ich da raus das war die lady das ist jetzt wo wir dran sitzen ok meine ein baut noch ab meine drei auch die lady macht das jetzt auch hoffe ich gut ich habe jetzt hier ein ausrüstungsdruck wo ich schon reingeguckt habe bin jetzt hier in dem sektor wo ok dann lasst uns jetzt hier gerade erst mal ein paar sektoren anzetteln hier an markieren markieren wir die ganze sektor wo wir dann gucken wollen, wer wo ist. Knopf daneben. Haben wir alles. Sieht so aus. So, und das ist Asreiter 3. Was ist das überhaupt für einer? Wo ist er denn? Da ist er. Das ist ein Bergbau-Schiff, würde ich mal sagen, oder? Aber hier braucht er nichts abbauen, das lohnt ja nicht, oder? Wie war das? Machen wir mit dem. Das ist ja jetzt hier ganz vorne, naja. Der hat ja den passenden Laser nicht dabei. Da brauchen wir ja einen Armonit-Laser, oder? Damit der ordentlich abbaut. Also funktioniert das hier gerade nicht. Ja. Ausrüstungstock haben wir schon geguckt, ne? Bringt uns also auch nicht weiter. Ah, ne, die Karte wollte ich gar nicht. Wollte hier rein. Das ist er. Das ist jetzt der Discover. Der wahrscheinlich schon hier ganz viel abgesprungen ist, aber... Irgendwie Verbindungen sehe ich keine, ne? Macht der nicht, oder doch? Hm. Der Sektor war außer Reichweite, sagt er. Ja. 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 Gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen hin und her springen. Haben wir da erstmal alle. Irgendwie Tore oder so entdeckt er da nicht, ne? Okay, dann mach da, da, da. Dort, das ist schon bekannt. So, dann lassen wir mal springen. Jetzt gucken wir mal, wo der Craft ist. Ne, dann gehen wir erstmal raus. Ja, weiß ich auch nicht, was wir mit diesem Schiff dann machen. Gerade. Weil wir können jetzt nicht aufrüsten. Das ist schlecht. Und... Naja. Der Discover hat jetzt erstmal ordentlich. Da rechts sind ja auch noch lauter Dinger, ne? Dann machen wir doch mit ihm jetzt hier mal gerade. Ah, okay. Die Reise hier hin. Ah, doof. Ja, das war wieder so ein klares Ding, ne? Wieso kann er da nicht weiter springen? Das Schiff aus Reiter 3 wird angegriffen. Okay. Okay. Jetzt bin ich in den Sektor gewechselt, anstatt ins Schiff zu wechseln. Ich hält, ne? Kritisch getroffen. Wo ist es denn? Ich glaube schon kaputt, oder? Die Drohne, die kriegt so einen kleinen Schuss ab und dann ist sie kaputt. Die Drohne wurde zerstört. Da bin ich gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Okay. Das eine Schiff sind wir los und das andere auch. Das ist schlecht. Keine Ahnung, wer das war. Der Sektor war nicht gut. Ne, würde ich jetzt nicht. Waren sowieso zu viele. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir sind. Okay. Und hier gibt es einen Auslösenstock. Das ist auch schon mal gut. Gucken wir da erstmal rein. Bergbausystem in blau. Kaufen. Ah, andocken muss ich erst. Herr Laser sehe ich keinen. Schade. Ausrüstungs-Dock. Sieht einer da schon, da oben. Jagen wir da mal schnell hin und gucken zu, dass wir das da hinkriegen. Okay. jetzt kaufen was sind das für geschützkontrollsysteme 11 ne würde ich jetzt nicht haben wieder aufladen okay aber da energie höhen general antriebs upgrade der rest ist jetzt nicht meins vielleicht sollten wir mal hier so ein richtiges kampfschiff machen damit es mal irgendwann losgeht selten außergewöhnlich ich nehme jetzt mal das außergewöhnlich dazu verbündeter verstärkungstransmitter eine stunde kann man spielen aktivierten und verstärkung von dem verbündeten kostet 3 millionen ok das muss jetzt nicht gerade nehmen geht auch gar nicht weil ist ja schon angezeigt gut dann haben wir das jetzt erstmal wieder geklärt aber jetzt eine viertel stunde herum geguckt für nichts und wieder nichts so der sektor der ist noch rot das waren piraten die da zu hause sind das ist schon mal schön markiert alles klar dann wissen wir das auf jeden fall discover hat eine arbeit und fliegt glaube 340 74 gucken ne fliegt zum glück dann nicht vorbei glaube alles klar dann geht das nicht kaputt so bei ihnen müssen wir noch rein dann in schiff in sektor wechseln schiff kraft heißt es er lädt noch so das ist er den werden wir nächstes mal ein bisschen hier auffrischen werden gucken dass wir dann geschützturm reinkriegen wir müssen gucken dass war irgendwie handel kriegen dass wir dann in den naunit bereich dann abbaulaser kriegen die wir da nutzen können und da müssen wir schauen dass wir das hinkriegen aber das machen alles in der nächsten folge also nächste folge definitiv hier ein bisschen das schiff ausbauen dass es kampfkraft hat dass es frachtraum hat damit wir handel treiben können mit diesen typen da damit wir die dingens verbessern und wenn wir das haben dann gucken wir mal vielleicht in den roten sektor obwohl der sehr stark aus da ich glaube da müssen wir schon verdammt gute schiffe haben um das zu machen oder verdammt gute flotte da unten das ressourcendepot ist fertig alles klar dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hollade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao